Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute damit dabei seid. In dem heutigen Video möchte ich euch gerne den Duft Amber Star von Sershoff vorstellen. Und dieses Parfum ist eines meiner Lieblingsparfums von Sershoff überhaupt. Und aus diesem Grund möchte ich euch das heute gerne in diesem Video vorstellen. Also, zunächst mal ein bisschen was Allgemeines. Ja, ich finde ja, dass Sershoff wirklich sehr, sehr geile Düfte macht. Also im Großen und Ganzen echt extrem gut von der Performance her, von der Haltbarkeit her. Der Flakon ist eigentlich immer geil und dieser Duft hier ist da auch keine Ausnahme. Denn ja, dieser Flakon hier ist tatsächlich aus mattiertem schwarzem Glas. Und es fühlt sich ehrlich gesagt gar nicht so an wie mattiertes Glas. Denn wenn ihr schon mattiertes Glas in der Hand gehabt habt, dann merkt ihr, dass es meistens so fast schon so ein bisschen so eine Kreidentafel-ähnliche Komponente hat. Und sich eben sehr, sehr rau anfühlt. Und hier, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die damit gemacht haben. Also, es ist auf jeden Fall Glas. Aber es fühlt sich fast schon so ein bisschen gummiert an. Also es fühlt sich fast schon so an, als wäre das hier Gummi außen drauf. Und ich muss sagen, der Flakon ist wirklich von einer unfassbar hohen Qualität. Und hat auch in dieser gesamten Zeit, die ich ihn jetzt besitze, noch keinen einzigen Flecken irgendwie so bekommen. Was mir beim Mattglas leider immer mal wieder passiert. Also wirklich gutes Ding. Diesen Duft hier gibt es übrigens nur im Zweierset mit einem Duft, der heißt Star Musk. Und dieses Set kostet, glaube ich, um die 600 Euro. Das heißt, ihr bekommt insgesamt zwei Flakons. Und der Gedanke dahinter ist, dass ihr diese Düfte miteinander layern könnt. Das heißt, ihr könnt die beliebig miteinander kombinieren. Und habt dann eben so eure individuelle Duftnote da mit drin, was ich persönlich extrem cool finde. Ich habe hier trotzdem diesen Video nur in diesem Duft, weil mir der nämlich von dem guten alten Herbert Stricker vermittelt wurde. Der mir freundlicherweise einen Tester davon zur Verfügung gestellt hat. Und deshalb kann ich ihn eben testen, ohne mir dieses Set zu kaufen, was ich extrem schätze. Also lieber Herbert, an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an dich, dass du das gemacht hast. Was haben wir hier von Duftnoten her drin? Wir haben Ylang Ylang, Cedar und Amber im Kopf. In der Herznote haben wir Gurion-Balsam, Guayak-Holz und Mürre. Und in der Basis haben wir Vanille, Sandelholz, Benzoin und Opoponax. Also wirklich viele Harze. Wir haben wieder diese für Amber-Düfte typische Vanille- und Harz-Kombination, die eigentlich in jedem Amber-Duft drin ist. Und dann eben kombiniert mit Mürre, Guayak-Holz und Ylang Ylang und Cedar-Holz und Sandelholz in der Basis. Aber auf jeden Fall ist es so eine holzige Kombination mit einer starken, amrierten Basis. Also dieses Vanillik-Harzige, was man von Amber-Düften so kennt. So, und jetzt kommt der Punkt, wo ich mich so ein bisschen überrascht, wo ich so ein bisschen überrascht gewesen worden bin. Denn das ist die, ist das überhaupt eine Zeitform? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das die Performance von diesem Duft. Denn ich bin es von Serge auch gewohnt, dass die eine extrem gute Performance haben. Und ich habe diesen Duft hier bekommen. Da war es sehr kalt draußen. Und ich habe ihn getragen und dachte, okay, ein Amber-Duft. Das sind ja normalerweise Düfte, die hauen richtig stark auf die 12. Und gehen auch einfach richtig mit einer krassen Performance an den Start. Und sind für den Winter deshalb perfekt geeignet. Also habe ich diesen Duft hier getragen. Und ich war so ein bisschen überrascht, weil ich den nämlich nach ein paar Stunden schon nicht mehr vernehmen konnte. Und das ist eben der Punkt, wo ich sagen muss, das ist wirklich eine Überraschung. Weil Serge auch eigentlich immer mit der Performance delivert. Und so ist es auch hier. Aber dieser Duft hier ist wirklich nicht für die übelst kalten Temperaturen meiner Ansicht nach geeignet. Sondern eher so, wie wir das vielleicht gerade haben. So 5 bis 10 Grad. Vielleicht sogar auch darüber. Und das macht ihn sehr, sehr spannend. Denn welcher Amber-Duft ist tatsächlich bei wärmeren Temperaturen tragbar? Tatsächlich nur dieser hier, wie ich finde. Denn die meisten sind dafür einfach zu stark, zu aufdringlich, zu penetrant. Obwohl die DNA eigentlich, und das ist das Spannende hier, auch bei wärmeren Temperaturen durchaus funktioniert. Und wirklich ihre schönen Momente hat. Und ich finde, dass es gerade diese holzige Sandelholz, Sandelholz, Guayaquilz, whatever Kombination mit dem Amber ist. Die das Ganze wirklich sehr ausgeglichen macht. Und deshalb auch für wärmere Temperaturen tragbar macht. Deshalb startet dieser Duft hier sehr wie ein Amber-Duft. Ich finde, dass diese harzig-vanillige Komponente sehr, sehr schön durchkommt. Es ist mit Fokus eher so ein bisschen auf Vanille als auf den Harzen. Also eher so ein leichter Amber-Duft. Und dann eben in Kombination mit Sandelholz, mit ein bisschen Ylang-Ylang am Anfang. Also so eine leicht florale Note, wie er am Anfang reinkommt. Und dann ist es aber wirklich eher ein sehr subtiler Duft. Der zwar eine sehr gute Performance hat und auch immer wieder durchkommt. Über 10, 12 Stunden. Aber der eben nicht so aufdringlich ist, wie ihr das von Amber-Düften vielleicht gewohnt seid. Es ist also ein Duft, der sich meiner Ansicht nach für diejenigen eignet, die einen edlen Veranstaltungsduft suchen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auf eine Veranstaltung geht, auf ein Event abends, was aktuell ja nicht so easy möglich ist. Aber grundsätzlich wäre das so die typische Situation, wo ich diesen Duft hier tragen würde. Es ist kein Duft, der in den Club gehört. Es ist kein Duft, der draußen in die eisige Kälte gehört. Sondern es ist wirklich so ein edler, eleganter, abendlicher Duft. Vielleicht auch für eine intime Situation zu zweit. Das müsst ihr dann immer für euch entscheiden. Aber das ist so diese typische Situation, wo ich den Amber-Star sehe. Und eben als sehr unaufdringlichen, sehr eleganten Duft mit einer guten Performance, der durchaus in diese orientalische Amber-Richtung geht, aber nicht zu harzig ist, sehr, sehr westlich, sehr, sehr italienisch, wie man das eben von Serge auf kennt. Und in Kombination eben sehr elegant, unaufdringlich und high class. Das ist das, wie ich diesen Duft hier beschreiben würde. Und deshalb ist es auch einer meiner Lieblings-Amber-Düfte. Einfach, weil er so untypisch ist für einen Amber-Duft. Und vor allen Dingen auch so schön elegant und einfach auch unkompliziert. Also den kann man einfach mal tragen, wenn man da Bock drauf hat. Und da geht niemandem auf den Keks. Das war soweit meine Meinung zu Amber-Star von Sershov. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Jetzt ist natürlich meine Frage noch, hast du diesen Duft schon probiert? Falls ja, schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt. Und wir sehen uns gerne dann im nächsten Video wieder. Was gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, dein Kai.